Die Schulpflicht In Deutschland müssen Kinder und Jugendliche bis zum Erreichen der Volljährigkeit eine Schule besuchen. Compulsory school attendance In Germany, children and young people must attend school until they reach the age of majority. Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. Es ist im Artikel 7 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland näher beschrieben. Das Gesetz regelt das Schulsystem in der Bundesrepublik Deutschland. The right to education is a fundamental right. It is described in Artikel 7 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany Clauser. The law governs the school system in the Federal Republic of Germany.